geben die uns so viel Geld geben wir uns auf jeden Fall so viel Aluminium geben ihn glaube ich nur 10 oder so pro das ist ja alles was sie uns gegeben haben ja los gehts ne das ist doch Gold für Maria Theresia was war das Begrad wer nimmt das jetzt schon Begrad bitte so Panzer, 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 ich liebe einfach Panzer die besten Einheiten ever oh ja nice da ist natürlich kein Aluminium mehr ist auch geil so ich muss eigentlich nur das hier übernehmen dann kann ich, dann habe ich wieder das auch für Aluminium das sind drei scheiße die können auch die feuern das kommt jetzt aber gar nicht so cool eigentlich was geht denn ab das war schon die Stadt wir haben die Stadt gepusht, was geht denn was geht denn okay ich will vielleicht Bratislauer doch nicht mehr natürlich ich angene mir jetzt Langenfort sehr gut na komm macht hin ich will selber die Religion des Sandwich-Kults die Stadt ist im Weg genutzt oh ja du bist der King auf dem Schlachtfeld meine Fresse ey der solche Einheiten hat ey ich glaube dann machen wir mal einen taktischen Rückzug hat das Lagerkrieg auch so noch irgendwie so wettig ich ziehe lieber alles darüber ab ja du sollst auch verteidigen ich brauche aber echt einen Luftabwehr glaube ich ich brauche mal mit Schaden tut es ja gar nichts drei Runden ist da keine Politik anfühlen sehe ich gerade das gefällt mir so hm die Halt ich weiß was sie all about wird so kann ich nicht mehr bauen scheiße scheiße ist ja schon ein bisschen madig eigentlich gibt es doch diese Recyclinganlage oder sowas gell nicht leicht ich weiß das aber ich weiß Das war's für heute. Ich müsste eigentlich... Ja, genau, das meine ich. Jetzt habe ich meine Flugabwehr noch nicht da. Ich glaube, ich schicke die andere auch dahinter. Wenn sie möglich meinen, sie müssten die ganze Zeit meine Panzer angreifen. Mit ihren verdammten Fliegern. Dann haben sie sich, glaube ich, geschnitten. Oh, wird der befördert, oder was? Schaut sie aus. Geil. Das wird die Nummer. Komm, sei doch mal ein bisschen großzügiger, ey. Wow, wow, wow. Das bringt mir jetzt aber gar nichts, aber... Ist wieder einer mehr auf dem Weg zum Triumph. Ich glaube, ich muss nicht den anderen auch mal darüber fahren. Kur'an, guck' ich schon. Warte, machen wir mal anders. Du musst jetzt ja alles flippen, okay. Ja, komm, sei doch brav. Ach, klick dich doch. Kriegst du ja nichts, kriegst du dann. Oh, jetzt hat das die Luftabwehrbatterie eintrifft. So wollte ich sagen. Scheiß-Slime. Noch ein bisschen hierpable. Dann- 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 Dann. Das ist eine sehr eingängige Musik, muss ich schon mal sagen. Nein, ich muss noch eins weg darüber... Ach, der Panzer stirbt, wie soll man... So... 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 Was machst du jetzt? Du gehst da um hier. So, nicht schlecht. Gut, dann haben wir die verteidigt. Wo ist denn jetzt diesen Öl dran? So, eine Börse. Ach, das ist das. Ah, ich hab noch einen mehr. Das ist auch nicht schlecht. Hm. Oh, mit denen hat sich noch gar nichts zu tun. So. Da bin ich gesehen, wie viel sie weggebombt haben. Vier Runden Widerstand. Das geht aber ganz schön schnell jetzt. Scheiße. Scheiße, das ist sowieso nicht. Vielleicht könnte ich nur von meinem Koper aus Angriff nennen. Die Flugzeugträger. So. Da kommt wieder die Flotte von Österreich. Er hat mich weggeschubst, ey. Na, warte. Die will ich jetzt zeigen. Ach. So. Wenn diese Zwischenrunden nicht so lange dauern würden. Das wäre wahrscheinlich viel Zeit, was man sich anspornen würde. Das ist heute schon Folge über 30 und es ist immer noch kein Erfolg in Sicht. Das Spiel ist so scheiße gerade, glaube ich. Super. Du greifst schon durch das an. Was machst du? Du ballerst jetzt mal dieses Ding weg. Okay, dann sind wir schon mal 200 wieder futsch von denen. Klauen 99. So ein Scheiß. Was baue ich denn jetzt hin? So. Das war sehr schön. So der. Der ist da. Sehr schön. Dann. Wie ich sagen. Aber wenn es mir Klagen fällt. Okay. 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 Jetzt habe ich zumindest schon mal eine da. Das zweite Hintschulder fest. Ja, das ist schönes Militär hier. Das gefällt mir alles. Ich glaube, ich habe es damit sogar erobert. Cool. Hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... ...weiß ja nie, ne? So, annotieren. Sehr schön. So ist der reich. Jetzt können wir miteinander reden. Oh, Frieden gibt es nicht. Okay. Dann gehen wir in die nächste Runde. Das ist ja mehr Tomangriffe, die Musik. So, nach 10.000 Jahren wird das mal repariert. Kann man jetzt mal in die nächste Runde gehen? Dankeschön. Das ist ja schön, die Herr wird jetzt tot. Der Tellerisch ist da auch noch drauf. Ja, genau. Ah, ne, das war schon das. Das ist lustig. Irgendwas ist echt eine lustige Stadt. Diese Städte sind schon mal lustig, ey. Und keine Chance, da reinzukommen, ey. Ich habe es noch einmal geschafft mit einem Haufen Schiffe. Das war ein anderes Spiel. Das ist eine Küsselstätte der Oberen. Das war, glaube ich, wo ich ein paar Mods getestet habe. Ich kann auch die Kalle, sehr gut. Ich kann auch die Kalle das ist sehr gut. Ich sag's, das dauert immer so lang. So, jetzt ist das nur meine. Shit. Okay, dann wird's Demo hochgefeiert. Und jetzt noch? Achso, ja genau. Ich hab mich denn jetzt den. Achso, ja genau. Ich hab mich denn jetzt. Ja, was denn jetzt? Ich wollte es doch gar nicht bauen, ey. Ich will keinen verdammten Zerstörer bauen. Das war vielleicht dumm. Und was schlaft? Was geht das denn? So, und immer schön. Und bevor ich jetzt die Runde drücke, wende ich jetzt die Aufnahme, speichere. Jetzt haben wir ja nur in 15 Runden geschafft, wo wir jetzt die Runde haben. Wir sind jetzt echt fertig. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Rico. Ciao.